So, jetzt gibt es mal wieder ein kleines Gameplay von, na, Fallout 76 natürlich, ich habe es vergessen gerade, auch die Schnelle. Ich muss definitiv meine Maus ein bisschen schneller einstellen, das geht so einfach nicht. Die ist ja irgendwie, die ist so derbst lang. Und die ist von Natur aus noch langsamer. So, dann wollen wir mal gucken, ob das was gebracht hat. Ja, das sieht schon, ah, das ist schon tausendmal besser. Ja, das ist schon gut. Alles mitnehmen, roter Teller. Leere Milchflaschen, warum wird hier so komische Musik gespielt? Gehe ich. Ja, das ist stark der Effekt, das wirken nur vorüber, und du kannst immer nur einen Schem gleichzeitig benutzen. Was ist denn ein Schem, verdammt, ich nehme das alles mit hier. Was soll denn diese komische Musik? Könnte ich mal eine ausmachen? Das geht so nicht weiter. Also, die Musik spielt, ja? Was ist denn das, bitte schön, für eine Batterie, ja? Oh, die Schreibmaschine kann ich mitnehmen, schön. Der liegt doch hier schon verdammelt. Okay, dann machen wir es mal aus. Und sie sieht ja auch nicht wesentlich besser aus, ne? Ich nehme den ganzen Shit mit, ich bin da ja nicht so... So, Entsperren, Safe Entsperren, erfordert Skill 1, aber ich habe keine Skills, schade. Ah, was ist, erfordert Skill 0, jetzt geht's los, jetzt, das verstehe ich immer nicht. So, Thomas kann ich nur noch mal drücken, er, um einen Holobot auszuwerfen oder eins zu laden. So, was will er von mir? Passwort. Gib ein mögliches Passwort ein, wenn du falsch geraten hast, zeig dir Ähnlichkeitswert, dir an, wie viele Buchstaben verglichen mit dem korrekten Passwort in der richtigen Position waren. Okay, Magic! 0 Treffer, okay, das ist doof. GIFS! 0 Treffer, das ist doof. Tanks! 0 Treffer, was willst du? Was willst du denn von mir? Alter, das war jetzt ein blödes Terminal, echt. Das muss ich ja jetzt mal zugeben. Das soll ja wirklich doof. Besuche die Riesentheke, stelle ein Rüstungsteil. Warum nicht? Ach, er hat schon wieder Durst, okay? Dann gucken wir in unser Inventar, was wir haben. Das Mittel, abgekochtes Wasser, nehmen! Und wie sieht's aus? Auch beleutet das Wasser, okay, haben wir doch noch was zum Naschen. Eichhörnchen am Stiel, lecker! Warum muss man ein Eichhörnchen am Stiel lassen, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so geil. Vorkriegsgeld, ah, wir nehmen alles mit der arme Siedler, der liegt hier rum. Kaugummibeer, großes Trinkglas, nice! Was ist hier, ich seh gar nichts gerade, es ist, oh, das ist ein Zicklöffel, soo! Okay. Gut, dann sammeln wir mal ein bisschen Wasser. So, ich spiel jetzt einfach mal aus der Sicht hier, weil... Oh, okay. Okay. So, weiter geht's, jetzt habe ich erstmal das Rollo zugemacht, weil ich einfach mal nichts gesehen habe. Ja, ich bin immer noch ein bisschen unentschlossen, welche Sicht ich spiele. Ich glaube, ich nehme die Ansicht, die Ansicht ist cool. So, jetzt muss ich mir erstmal... Erstmal schnell, Reise zu meinem Camp. Laufen will ich dann doch nicht, dass es mir ein bisschen zu anstrengt. Okay. Okay. Ich bin erschienen, ja. Da ist mein Camp. Juhu, ich bin zu Hause. Es ist so wunderschön hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir was bauen können. Wir haben also immer noch nicht genug Materialien. Wir haben immer nur irgendwelchen komischen Schild. So, dann gucken wir mal, können wir vielleicht irgendwas anderes nützliches bauen. Oder herstellen vielleicht. Wende, ja. Eine Wand könnten wir bauen. Das ist aber auch immer wieder alles. Hmmm. Okay, dann machen wir das, damit ich meine Base auch mal ein bisschen besser finde. baue ich hier oben eine wand hin und das war schon wieder was ich bauen konnte oh mein gott es ist ich habe so wenig material es geht mir so offen auf den sack hier können wir nicht irgendwas herstellen meine güte ich kann gar nichts herstellen warum kann ich nichts herstellen ich kann kein strom machen ich kann licht kann ich was kann ich da machen okay ich hab mir licht gebaut naja ich weiß ja nicht was kann ich denn da machen hier kann ich essen an pflanzen scheinbar okay kann ich hier noch mehr essen ist das alles mehr kann ich nicht das ist alles an essen was ich an pflanzen kann eine verdammte pflanze oder was dieses spiel verwirrt mich so ungemein so das kann ich auch noch braun ja toll dann kann ich sogar mehrere bauen aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter ich kann ein bett und naja ein bett ich kann eine matratze hinlegen diese matratze lege ich natürlich in meine base matratze hingebaut ein stuhl äh ne ich bin ich auch nicht lohnt behälter eine box ich kann nicht mal eine box bauen ich kann einfach mal gar nichts bauen warum nichts 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 ein tisch ich kann mit einem verdammten tisch hier hinsetzen das ist aber auch schon alles der tisch kommt jetzt schon in dieser ecke hier rein ich weiß gar nicht ob er irgendeine art von funktionen hat sie wahrscheinlich eher weniger was ist das da noch mehr tische tische kann ich setzen ja nice Bilder kann ich an eine wand hängen oh ich bist es ja göttlich bäm Junge was kann ich noch für ein geiles bild an die wand hängen was ist das eine uhr kann ich an die wand hängen wunderschönen er braucht eine unterlage ok was für eine unterlage braucht das uhrchen denn sowas braucht die uhr ok nice was ist das ich kann es nicht erkennen was es ist kann ich es hier draußen hinstellen oder so nö ich weiß nicht was das sein soll um ehrlich zu sein ich verbrauche meine ganzen ressourcen treibbare toilette ja nice oh wartet mal da habe ich doch was gesehen es ist eine wunderschöne lampe ja nice kann ich sie auch anmachen äh nö schön ok ich brauche gar keinen strom oh mein gott was soll ich tun transfer gesamten schrott einlagern hey bitte bauplan beteilbett hm ist es was was ich mit mir rumschleppen muss ich denke nicht ich denke nicht aufseher logbuch kann nicht kann ich nicht lagen hm 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 und das Além das braucht alles fernglais Control die ich nicht Schluckring brauchen wir nicht loversspotel brauch ich nicht lieber bis zum recht Żo Ich bin eh nicht so lange weg, also kann ich erstmal in aller Ruhe zumachen, das gute Stück, meine Wummel ziehen, dann drücke ich auf M und dann suche ich mal wieder, wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? Oh, ist das immer so dunkel hier, warum, kann ich mal helllichter Tag sein, wo erinnerst? Mais, mitnehmen! Hallo Ratirsch, mit einem Ratirschleder. So, jetzt warten wir den Weg hier zurück, war da überhaupt irgendwas? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich bin erschöpft. Komische Wummel. Ähm, wo ist jetzt dieses tolle Ding? Hier oder was? Oder weiter oben? Ich weiß es doch auch nicht. Oh, was ist denn da hinten? Da leuchtet so Shane. Jaaa, eine Bude. Alle haben dich und ich. Eine Schwarzbrennerhütte. Eine Zecke und ein Zeckenblutsack. So, herstellen, was können wir denn hier Feines herstellen? So, so, so. Aber warte, ich kann hier irgendwo Wurrwaffen, ne, das hilft mir alles nicht so. So, ich will keine Waffen herstellen. Industriales Reinigungsmittel. Viel Flüssigkeit. Waffenwerkbank. Was gibt's denn noch? Gegenstände verwerten. Ah, R kann ich. Gesamten Schrott verwerten. Tee bitte. Was hab ich aus dem Schrott jetzt gemacht? Ich weiß es nicht so genau. Mein Inventar, Radar. Diesen Gegenstand verwerten. Hm, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was uns da in der Bude erwartet. Ist ja, ist ja schon langweilig hier. Eine garstige Zecke. Eine garstige Zecke. Oh Gott, ich bin so schlach. Es ist ja Bude. Laborstation, was können wir an der Laborstation, die echt so eigenwürdig aussieht, herstellen? Getränke, Munition brauche ich ein bisschen, was können wir, Stoff und Säure können wir anfertigen, schöne Sache, aber, um ehrlich zu sein, hat uns das jetzt was gebracht, haben wir Munition gebracht, nein, wir haben keine Munition gebracht, aber wir können, Energie Munition, Munition möchte ich herstellen, ich möchte aber Munition herstellen, Mann, okay, warte, aber wir könnten, wir könnten jetzt, sagen wir mal, Gegenstände verwerten, hm, 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 jetzt nehmen wir den ganzen Schrott, T, gesamten Schrott verwerten, ah, nee, was haben wir denn jetzt an Schrott oder an Materialien da, Waffen, Favoriten, Inventar, bringt mir das was, wenn ich den Schrott verwertet, dann könnte mir das mal einer erzählen? Honigwarbe, oh ja. Ok, jetzt bin ich hier draufgekommen, auch sehr schwer, was haben wir denn alles drüber machen? Verdorbenes Gemüse, verdorbenes Fleisch, alles nur verdorbenen Shit habe ich, das ist ja auch nicht so geil, so, M, jetzt könnte ich Schnellreise zu machen, nö, will ich aber nicht, jetzt laufe ich erstmal hier hin, Lockierung bewegen, ich habe auch leider nur noch 15 Schuss übrig, es ist jetzt nicht soo unheimlich viel. Alter, hab ich mich erschreckt. Nein, jetzt bin ich auf der Kochstation gekommen, soll ich mich irgendwas schönes kochen? Nein, ich will nicht auf der Kochstation kommen, soll ich mich irgendwas schönes kochen? Ich will mir jetzt eigentlich euren ganzen Shit hier haben, ne schicke Haarbürste, fordere einen staatlichen Airdrop und benutze das Rohleband zum Anfordern von Vorräten an einem Funkturm. Ja, schön, nice. Aber, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte jetzt erstmal hier euer, uuuh, was ist das denn, ist ja eklig. Schlafsack ausrunden? Noo. Ich nehme die Bierflasche, ich nehme alles aus eurem Zelt aus, hier ist noch eine Leiche, ich kriege das auch noch was für mich. Noo. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau, hier wollte ich runter. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich ankommen will. Was ist das? Das ist ein Ast. Okay. Ich warte jetzt einfach mal hier runter, hier gibt es schon auch wieder was zum Einsammeln. Oh. Keine Ahnung, bricht der Tag an oder was soll das dastehen? Ansicht, ah ok. Ah, Camp verlegen mit Z, ja. Äh, aber möchte ich hier mal ein Camping haben? Nöööö, no? Nope, eigentlich nicht, eigentlich eher wenn dann hier so. Ich laufe jetzt erstmal hier unten. Ich nehme diese Leuchtdinger hier mit, könnte ich hier nur einen abgreifen. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ja.